Ja, du wirst gefilmt beim Eierputzen. Wirst gefilmt beim Eierlecken. Ja, Oskar, mach dich schön sauber, gell? Ja. Den Pullermann schön sauber machen, gell? Das kann ich schlecht atmen, aus der rechten Seite, also die rechte Seite ist Licht und die linke Seite etwas besser, aber auch nicht so richtig zu fühlen. Und haben Sie schon mal einen Therapieversuch geschadet, um von diesem Nasenspray rauszukommen? Ja, das habe ich versucht, das war nicht so richtig der Vorteil, das zu verschwärmen sind geblieben, leider. Nasenspraysoft. Christiana Cecoria ist nur eine von geschätzt 100.000 betroffene Deutschen. Das meistverkaufte an der Medikamente bundesweit, ein Nasenspray mit abschwellender Bildung.